Okay, komm Curry, ein Auto brauchen wir. Reinwood Hills, hast du gehört? Ja, wir müssen hier weg. Ich muss hier den Flieger zerstören, weil er natürlich Beweismittel ist. Ja, ja, komm, 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 jetzt, jetzt geht's los, jetzt werden wir mal... Patrick, schon wieder. Hallo? Hallo? Komm weg, die Feuerwehr kommen, komm Curry. Pass auf Curry, der Zug, geh weg. Bitte, vor hinter dir. Hallo, Patrick, hallo, ja. Wie geflüchtet. Eißer, versteck, versteck, versteck dich irgendwo, Patrick, wir kommen dich holen. Komm Curry, hier hin. Wir sind unterwegs, wir sind unterwegs, Patrick, leg auf. Gleich. Komm, Dennis, wir müssen ihn holen, er ist geflüchtet, Mann. Okay. Wir müssen schneller sein, als Brunners. Wo müssen wir hin? Reinwood Hills, irgendwo ist er da geflüchtet, wir brauchen ein Auto, sofort. Wir müssen irgendwie hoch her. Komm, wir gehen da rüber, komm, 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 komm. Alter. Warte mal. Was, 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 was? Guck mal, da unten läuft irgendjemand. Nein, wir brauchen jetzt ein Auto. Schnell weg, hier, scheiße. Wir brauchen jetzt irgendwo ein Auto, das kann nicht so schwer sein, Mann. Wir brauchen, wir müssen jetzt in die Weiboot. Hier, 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 hier. Haben wir eine Zeitvorgabe oder sowas? Nein, gar nichts. Okay, komm mal hier, Curry. Vielleicht finden wir hier was. Wie gesagt, Patrick ist abgehauen, er konnte flüchten. Er ist aus dem Auto rausgesprungen, hat er gesagt. Scheiße, Mann, ernsthaft? Komm, 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 komm. Der Brunners verfolgt ihn jetzt gerade. Fuck. Wir sind so nah dran, wir können den Patrick, wir sind kurz vor der Rettung. Komm schon. Schnell, Curry, retten. Wir packen das jetzt. So, hier eine Karre. Da steht einer, nimm die geparkte Karre, nimm die geparkte Karre. Komm, 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 komm. Oh Mann, der gegenüber vom Police Department. Scheiße, Mann. Go, 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 scheiß drauf, Mann. Ab, 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 ab. Ab an Steuer. Oh. An Steuer, komm, 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 komm. Ja. Du musst direkt abhauen, Mann, die Cops. Go, 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 go. Schnell, steig, steig ein. Oh, 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 oh. Hopp. Ab geht's. Oh, fuck, 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 shit, Mann. Alter. Wo müssen wir hin? Winewood Hills, irgendwo da. Wir sollten eigentlich Winewood Hills chillen. Oh, fuck. Warte, jetzt haben wir auch die Bullen am Arsch. Ruf unseren Kontakt, Mann, warte. Oh, scheiße. Okay, Winewood Hills, da vorne ist es. Wir sind nah dran. Okay, fein. Patrick, ich komme. Mein Bruder. Okay, ich habe mich um die Cops gekümmert. Patrick. Hallo. Den Finger. Was ist los, Curry? Hallo, Finger, 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 Finger. Was für ein Finger? Er hat wieder aufgelegt. Was ist das für ein Finger? Scheiß Handy her, Mann. Her damit. Er hat ihn, oder was? Er hat das Handy. Er hat ihn. Scheiße. Fahr zum Beispiel. Dennis, wir waren zu langsam. Dennis, wir waren zu langsam. Ja, Mann, wer kann das denn riechen? Okay, aber ganz ehrlich, das kann wieder nur Blöffen sein. Ich glaube nicht, dass er so tapfer ist und dann irgendwie die Finger abschneidet. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht, Mann. Ich weiß es auch nicht, Mann. Okay, Winewood Hills, wir kommen. Da vorne ist es, Curry. Okay. Wie wollen wir das machen? Willst du dich irgendwie verstecken? Wir stürmen das Ding jetzt, Mann. Okay, fahr, 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 fahr. Es ist links oben. Wir reichen jetzt. Wir haben uns zu lange versteckt. Es ist immer Zeit, dass wir mal zurückschlagen hier. Wir haben ganze Yachten eingenommen. Da werden wir doch mit so einem kleinen Mini-Mexikaner fertig. Yeah, Mann, wir kommen. Okay, bleib mal hier stehen, bleib mal hier stehen. Mach das Licht aus, mach das Licht aus. Hast du eine Sniper? Ja. Guck hoch, komm her. Okay. Vielleicht sehen wir ja von hier aus was. Ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Da bewegt sich auch nichts. Okay, wir müssen hier ran. Komm, 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 komm. Keine Zeit verlieren jetzt. Okay, fahr, 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 go, go, go. Lass das Licht aus. Wir kommen an der Kamera. Ja, 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 ja. Komm, wir packen das jetzt. Komm, Hand in Hand, Mann. Wir machen das. Wir haben so lange gekämpft jetzt. Das packen wir auch noch. Da vorne ist es, Curry, da vorne ist es. Warum ausgerechnet dieser Ort? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte. Wir müssen hier da außen rum. Shit, 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 shit. Das kostet eine Zeit, du Unfähig, die Idee. Ja, sorry, Mann. Soll ich wieder das Messer zücken? Lass dein Messer stecken. Lass uns überhaupt nicht weiter gerade. So, jetzt. Geh nochmal runter und an den Berg hoch. Okay. Patrick, wir kommen dich. Wir kommen dich retten jetzt. Links hoch, links hoch. Genau. Angeschnallt. Du bist angeschnallt, mein Freund. Jetzt geht's los. Warte, warte, Curry, warte. Ich habe noch eine Idee. Was, 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 was? Die verstecken uns. Warte, 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 warte. Wie verstecken? Ich dachte, wir wollen uns lieber verstecken. Warte, warte, warte. Warte, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich war eben kurz den Hügel hoch und rutschig. Und jetzt? Okay, wir sind jetzt im Jahr. Wir werden nicht mehr angezeigt jetzt. Ja, du? Wir sind, ja, aber go, komm. Der denkt, du kommst alleine. Also, ich kann den Kontaktmann auch anrufen. Da vorne ist es. Okay, bleib hier unter dem Baum stehen. Wir gucken nochmal. Wir müssen das erstmal abgrenzen hier, was da los ist. Okay, ich bin auch versteckt. Okay. Behalte dich, behalte dich, behalte dich. Siehst du was? Nee. Ich glaube, das ist eine Falle, Alter. Nicht wirklich viel. Ich sehe gar nichts. Komm, wir wechseln das Fahrzeug. Komm, komm, komm. Ja, nicht, dass die Autos wieder alle getrackt sind hier, ne? Komm, 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 komm. Egal, komm weiter. Du unfähige Sau. Wäre ich oder was? Ja, du. Mir reicht. Okay, jetzt kein Schrei, kein Schrei. Komm, 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 wir müssen uns konzentrieren. Das bringt gerade null. Stehen bleiben, stehen bleiben. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe auch eins. Klima mit zwei Wagen hoch. Mach aber das Licht aus. Alter, bist du bescheuert. Ich muss das reden, Mann. Komm. Packen das jetzt, Mann. Mein Lichter kann mir das richtig ausmachen. Los, Mann. Angriff. Elbronzus. Wir geholten dich jetzt. Ich glaube, das ist aber wieder eine Falle. Geh langsam. vorsichtig okay langsam ich habe die du vor du bist ja wohl egal ich gehe hoch ich sehe nichts check erst mal den bereich kein auto gar nichts ein wort steht was ich habe was ist niemand wollte uns verarschen hatte ich habe vielleicht noch vielleicht eine kleine vermutung hier oben vielleicht ortseingaben war noch nie so die stärke ich gehe mal hoch auf schild jetzt auch alles ruhig ich verstehe gar nichts mehr ich verstehe überhaupt nichts mehr wir haben uns extra gesagt keine verarsche mehr keine tricks und was haben wir jetzt hier oben curry ist nichts niemand was soll der scheiß dieser stadt ist irgendwo der arme patrick was machen wir denn jetzt hast du noch ein hinweis ich habe ich habe gar nichts kommen wir hören gehört war war ein hotel schild und das war es es ist auch zu ruhig komm mal hoch hier müssen wir genauer gucken ob du irgendwas sie ist in der ferne okay und jetzt hier kann überall jemand sein das ist das ist einfach mal anrufen ganz versuchen versuch es er meldet sich nicht mehr ich wähle Patrick wo bist du mann wo seid ihr wir sind vor dem schild im einbruch wir stehen oben drauf wie ihr fahrt gerade darauf zu sei leise nicht so laut ihr fahrt zum einbruch schild okay dann werden wir ihn erwarten wir werden dich retten patrick wir kommen dich holen okay okay von welcher seite kommen die ich weiß gleich war nur darauf zu okay halt alles im visier halt alles schön im auge krieg wir müssen wir müssen jetzt irgendwie warten hier oder müssen wir warten sollen wir hier wirklich darauf stehen bleiben nee wir teilen uns auf ich gehe da hinten auf das silo und du gehst oben in den büsch gogogo scheibe vor die kome go go runter oh die cops hörst du es ja ja scheiß mal auf die kopf gerade ich gehe in den busch schnell aber versteckt dich gut die dürfen sie nicht sehen wir müssen wir müssen wir müssen die aus vorbereitet sein ich geh hoch die hoch okay schlagen wir zurück jetzt 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 schlagen wir zurück freunde Patrick Willkommen, dich holen. Okay. Der Albtraum hat ein Ende. Hörst du irgendwas? Ich hör gar nichts. Wir müssen warten. Passag meinte, sie kommen. Okay. Ich hör Polizei. Es ist so viel los in der Stadt. Und keiner weiß, was hier gerade passiert. Okay, ich bin im Busch. Okay. Ich bin auf dem Silo drauf. Heil Heidos! Was? 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 Heil Heidos! Was? Heil Heidos! Ich hör ein Auto. Ich hör ein Auto. Die sind hier oben. Wo? Dennis, ich sehe sie. Okay, nichts tun, nichts tun. Lass sie sich verstecken. Lass sie, beobachte sie. Wo ist das Auto? Links oder rechts? Oben an der Antenne. Okay, die müssen zum Schild runterkommen. Die parken gerade 10 Meter neben mir. Okay, bleib da, Curry. Lass, beobachte die, ja? Nicht reagieren oder so. Ich mach gar nichts, ich mach gar nichts. Okay, wir warten, was sie will. Beobachten die. Okay, wir sind im Vorteil, Curry. Wir sind im kleinen Vorteil wegen diesen elenden Mistviechern. Okay, gute Idee. Patrick. Hallo, Patrick? Psst, sag ruhig. Er hat aufgelegt. Sie rennen gerade den Hügel runter. Wo seid ihr Schleimscheißer? Okay, ruhig, nicht in die Antworten, Curry. Okay, Curry. Sie rennen gerade den Hügel runter. Okay, siehst du sie? Siehst du sie? Nein, noch nicht, noch nicht. Die kommen jetzt auf den Weg. Die kommen jetzt auf den Weg. Ich seh ihn. Ich seh El Bronzo. Er ist es tatsächlich. Ich hab's auch gar nicht glauben können gerade. Die Kops sind da. Warte, warte, warte. Lass die Kops abhauen. Ja, ja, ja. Was machen wir? Dennis, was machen wir? Wir lassen die Kops abhauen und dann gehen wir runter. Ich geh alleine runter, Curry. Könntest du mich im Visier haben? Stehen sie da? Ich seh sie nicht. Ja, ja. Okay, ich seh's. Ich seh's. Ja, ja. Ich seh's. Ich geh runter. Okay, ich hab genau das Visier auf den El Bronzo. Eine falsche Bewegung und er ist totes Fleisch. Okay. Ich lauf auf ihn zu. Sie klettert hoch. Sie klettert hoch zum Schild. Okay. Das Schild hoch. Siehst du das? Du schießt. Warum schießt du? Weil ich den El Bronzo Angst machen will. Ah, du fährst bei einer Position. Soll ich nicht vielleicht ein bisschen schießen? Ich geh hoch. Ein bisschen ablenken? Mach vor, Jo. Hier oben. Schnell. Dennis, mach keinen Scheiß jetzt. Ich geh hoch. Wollt ihr die ganze wieder haben? Dann stellt das Feuer ein. Okay, wir schießen nicht. Wir schießen nicht. Kiko, du hast mich im Visier, oder? Nee, ich hab die beiden im Visier, ja. Mich jetzt auch? Ich komm hoch. Ja, ich seh dich. Okay. Ach du Scheiße, man passt auf. Da oben ist es richtig eng. Ey, Bronzo, ehrlich. alle. Wir machen einfach nicht aus. circle, wir machen lasciati時 Geld von Fußball. und zu chew? Du bist der falsch, Ich increate dir was die dringend Da oben wird alles in Det felt. Ächtetailação. Untertitelung des ZDF, 2020